Ja okay, wir kämpfen gegen die Inversion der Erde, Saiyajin Krieger, Raditz, wir müssen Raditz besiegen, Spieler TP verbraucht, okay das ist, wie gesagt, richtig cool, ich war auf Gänsehaut bei den Spielen, Alter, wir wollen aussehen, ich glänze, Alter, ich bin eine Banane. Alter, war das ein Kampf, Alter, super Abwehr, wie geht denn der, egal, ich habe keine Punkte, ah, jetzt habe ich verstanden, ich habe verloren, habe ich verloren, also wenn ich mein ganzes Leben verloren habe, das macht einen recht guten Schaden, also. Hey, richtig komisch. Das ist mein Superschutz, okay. Kann ich den schießen? Okay, aber eigentlich nicht so gut. Alter. Wie, das ist einfach cool, das ist richtig cool. Okay. Finisher. Okay, wir haben ihn besiegt. Das ging nicht schnell. Besiegte Kicklicks. Okay. Levelaufstieg. So soll das eigentlich sein, genau. Die beiden sterben und dann passt irgendwie Piccolo auf Go-Go-Gohan auf, solange. Was denn das ist das? Das ist natürlich wirklich, was der Schaden? Das ist der Schaden. Das ist das? Was der Schaden? Das ist das Konflict. Der Schaden? Das war der Schaden? Das war der Schaden? Und das war das Konflict. Ich weiß nicht, aber er hat sich in den Schaden? das war das heißen, nur Nebeneffekte. Ich habe die gleiche Nase wie Trunks. wiederbleibt und dann ist alles tipptopp ok wie sollen wir hier sprechen wann wir machst gut zangoku ok wir haben den das ist toll und zwar wie kann ich die mani karte öffnet oder ich ziehe mich immer um die erfärben ich darf doch erfärben ist ja toll die china ist eine fähigkeit habe ich nicht attribute einfach mal alles dann müssen wir machen eine pose machen alles aufpumpen hier aufpumpen ist kacke stillzustehen ist auch kacke aber diese pose hier und wird sich so recht gut benutzen so wir machen noch ein kampf oder kommen kann ich mit ihr jetzt drüber reden oder ok haben wir einen scouter bekommen wie zubehör ich habe nicht den coolen scouter darf ich jetzt gehen trunks oder ja und hier kriege ich meine karte nicht aus deswegen habe ich mich so gefragt wo ich linge raumzeitzustellungen genau müssen wir haben zeitmaschinen landeplats alles alles bullmann nie ich habe schon ich mich dass das alles bullmann stellt parallel quest Okay, machen wir hier ganz schnell und dann höre ich auf für heute. Was ist das denn, Alter? Aua. Parallelquiz. Bene, die gesundheitliche Teilmeister schöpft. Das heißt, was soll das heißen? Wie soll ich runterkommen? Ah, wie cool. Okay. Äh, falsche Knopf. Entschuldigung. Voller Knopf. Kann ich mir hier reden? Darf ich das? Wie red ich das? Ah, hier. Nein, nicht. Äh, wo ist das? Hä, wie soll ich? Okay. Was soll ich machen? Ähm, Trunks? Was soll ich machen? Äh, wenn ich in Parallelquiz bin, kann ich in den... Und wie komme ich hier rein? Und wie komme ich hier rein? Das geht nicht. Trunks, das geht nicht. Ja. Ja. Wenn du... Wenn du... Während der... Kannst du durchtun den anderen Bereich... Versuche es nochmal... Hä? Es geht mir nicht. Wie soll ich... Vielleicht so... Oder? Nicht dein Ernst. Peinlich. Das ist richtig... Das ist richtig... Komm, wir reden mit... Mit Trunks. Was ist das für mich? Wie... Mach ich den Scouter an? Da ist was... Da ist was... Ödnis. Kurzes Versteck. Was bist du denn? Kann ich dich aktivieren? Gegner. Das ist ein Gegner, aber ich habe keinen Gegner hier. Aufheben. Peinlich. Da ist ja noch was. Material, okay. Material. Für Ödnis. Ich muss nach dir doch Ödnis suchen. Hm. Ödnis. Da bist du. Level... 3. Soll ich mir das gerade ausmachen? Ja. Da ist... Ist ja voll cool eigentlich. Das finde ich aber... Ich verschwende Zeit dafür. Damit... Ähm... Hm. Ich liebe das nicht zu ihm. Ja. Okay. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Wo denn... Geht denn jetzt weiter? Hm. Hm. Ja. 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 naja feind was machst du nur hier klar ja 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 start eine fantastische reise kommt zurück ich habe noch ein paar leckeres zu erzählen okay das war's mit dem mit dem Xenu erst zu lange und sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Voll peinlich, Alter. Aber egal, ich habe ein paar Fehler ausgefunden. Und hier ist Piccolo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.